Das Spiel ist wirklich gut, Silent Sheatham. Sehr solider Auftritt. Schwacher Pass, Handball zwischen Hand gegen Herrera. Herrera macht das gut und da ist die Hilfe! Was für Block! Dean Williams! Block im Mai aus Dean Williams! Mahouppe mit dem Monsterdunk ganz, ganz hoch angespielt und ein ums andere Mal stopft Celon Mahouppe nach schönem Pass. Livingston! Alley-Hoop am Spiel! Und Diallo lässt scheppern, aber wie? Heueru! Boah! Jerry macht's schnell auf der Gegenseite. Wow! No-Lock-Pass von Miller, Doug Johnson! No-Lock und Johnson lässt krachen. Geiler Basketball. Was für ein Endspiel! Aus dem Nichts! Trey Drexel auf Alem Pjanic! Gottflame dieses Spiels! Da ist hier gerade ganz ruhig in der Halle! Jax! Hand-off! Clyburn! Der Drive! Clyburn! Über Churches Willi! Chris-Clyburn! Der Korb rennt! Ein unfassbarer Dank! Sechs von 16, also vier Dreier mehr. Sie haben deutlich mehr Aufsinnung von Procina ist da. Nitter, kleiner Reverse-Slam hier von Gabriele Procina. Schöne Ballbewegung! Der Mann für Spektakel in diesem ersten Fernviertel. Krachender Dank von Dean Williams. Schöne Ballbewegung. Dann freie Bahn! Miller mit Chachas Willi. Der nächste Turnover, Callison mit dem Spill-In-Fast-Break! Aber Patrick Miller ratiert den weg vom Korb! Der Chasedown-Block des Jahres von Pat Miller! Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.